Herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckertänig, Sitz und Hechner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute geht es um das Thema Mietrecht und da bin ich wieder verabredet mit Tobias Scholz, Fachanwalt, zu diesem Thema. Guten Tag, Herr Rechtsanwalt. Schönen guten Tag. Herr Scholz, es geht um Elektromobilität und da muss ich ja Strom erstmal ein bisschen tanken. Kann denn ein Wohnungsmieter, der zugleich Mieter einer Garage auf dem Grundstück ist, in dieser eine sogenannte Wallbox, also zum Aufladen von Fahrzeugen, Fahrrädern oder anderen Elektromobilitätsteilen da installieren und kann er außerdem den Anbieter selber wählen? Das ist eine sehr komplexe Materie, die ja logischerweise erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. In der gegenwärtigen Situation, wie ich das einschätze, vermehrt bei Mietern von Eigentumswohnungen auftretend, weil dort ganz oft die Situation ist, dass zur Eigentumswohnung ein Stellplatz in der Tiefgarage oder ein Corporate Stellplatz dazugehören. Die Konstellation war folgende, eine große Wohnungseigentumsanlage in München, eine Wohnung vermietet, der Eigentümer-Mieter, also der Kapitalanleger hat die Wohnung vermietet, möchte eine Wallbox installieren und der Vermieter sagt, nein, du wartest bitte, bis andere Eigentümer beziehungsweise Mieter auch Wallboxen installieren wollen, damit wir das gemeinsam abstimmen können. In der zweiten Instanz hat das Landgericht München als Berufungsinstanz dann entschieden Stopp. Das darf der Vermieter nicht vorschreiben, im konkreten Fall, sondern er muss immer eine Interessenabwägung vornehmen. In diesem Fall war es so, weil der Vermieter zwei Jahre vorher einem anderen Eigentümer gestattet hatte, eine Wallbox zu installieren und ihm völlig egal war, welcher Anbieter das macht. Daraus hat das Landgericht München jetzt geschlussfolgert. Du hast damit zu erkennen gegeben, dass es dir egal ist. Du kannst jetzt beim nächsten, der kommt, nicht auf einmal ohne triftige Gründe sagen, jetzt machen wir es so. Noch dazu, dort war die Problematik, der Vermieter konnte noch nicht einen Zeithorizont benennen, in welchem er möglicherweise andere Wohnungen auch mit Wallboxen ausstatten möchte oder Garagestellplätze mit Wallboxen ausstatten möchte, sodass das Gericht gesagt hat, das ist noch völlig vage und deswegen ist es rechtsmissbräuchlich, wenn du dem Mieter in diesem Fall vorschreiben willst, welchen Anbieter er nimmt. Also zu merken ist, immer eine umfangreichen Interessenabwägung vornehmen und nur, wenn der Vermieter in der Lage ist, eine konkrete Planung für die Zukunft vorzulegen, mit welchem Anbieter, in welchem Zeitraum er Wallboxen installieren will. Nur in diesem Fall darf es der Vermieter bestimmen, ansonsten bestimmt es der Mieter respektive der jeweilige Eigentümer der Eigentumswohnung. Muss er denn überhaupt so eine Wallbox zulassen? Das ist deswegen erforderlich, weil es wird ja baulich in die Substanz der Immobilie eingegriffen. In der Regel oder ganz oft muss ich in der Elektroinstallation was machen, ich muss zusätzliche Kabel zuführen, ich muss das mit dem Energieversorger absprechen, ob es überhaupt möglich ist. Wir haben in Freiberg ganz präzise die Situation, dass viele Wohnungseigentumsanlagen überhaupt nicht dafür ausgelegt sind, einzelne Wallboxen anzuschließen. Ganz konkret gibt es Wohnungseigentumsanlagen, wo dann gesorgt wird, bitte Eigentümer, du kannst das machen, musst aber zunächst ein Hauptversorgungskabel für ca. 20.000 Euro in die WG-Tiefgarage legen, um dann überhaupt die Anschlussfähigkeit für Wallboxen herzustellen. Also noch nicht ganz bis zu Ende gedacht. Das ist kompliziert im Einzelfall. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Zu einem Thema, was wir sicherlich schon mal besprochen haben, meine Damen und Herren, wenn Sie also auch selber in große Mietshäuser kommen, dann kennen Sie auch diese Geschichte, man steigt von Etage zu Etage und die Anzahl der Schuhe, die vor den Eingangstüren stehen, die werden auch immer größer und zu Weihnachten und zu Western sowieso. Aber sei es drum, es geht um das Abstellen der Schuhe vor Wohnungstüren, Herr Rechtenwald. Ist das ein vertragsgemäßer Gebrauch der Mietshäuser? Umfasst das diesen? Und da muss man ganz klar sagen, nein, wir hatten das in dieser Sendung schon, ich weiß nicht, bestimmt zehnmal in verschiedenen Ausgestaltungen, darf das Schuhregal auf dem Treppenpodest stehen, darf ich das Treppenpodest dekorieren mit großen Osterhasen oder beleuchteten Weihnachtsmännern, darf ich Schuhe abstellen, wie auch immer. Und der Grundsatz lautet, nein, die Treppenaufgänge sind freizuhalten, schon aus brandschutztechnischen Gründen. Also kein Mieter kann gegenüber dem Vermieter darauf beharren, dort Schuhe oder andere Gegenstände abstellen zu dürfen. Im Zweifel kann nach erfolgloser Abmahnung und wiederholtem Verstoß das Mietverhältnis sogar gekündigt werden. Aber der Vermieter muss selbstverständlich alle Mieter im Haus gleich behandeln. Er kann nicht sagen, weil ihm der eine Mieter lieber ist als der andere. Meier darf die Schuhe draußen stehen lassen, Schulze darf das nicht. Das funktioniert nicht. Also dann müssen einheitliche Regelungen in der gesamten Anlage, in dem Mietshaus eingeführt und durchgesetzt werden. Aber prinzipiell gehört es nicht zum vertragsgemäßen Gebrauch. Also es kann immer verlangt werden, die Schuhe reinzunehmen in die Wohnung. Eine Ausnahme gibt es für Kinderwagen. Kinderwagen und Krankenrollstühle oder altersbedingte Rollstühle, wenn dort kein extra Raum vorgesehen ist. In der Immobilie. Ich meine, wir hätten in einer früheren Sendung schon mal das Thema angeschnitten. Dann kann die junge Familie, junge Mutti oder die behinderte Person oder ältere Person, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, hat dann das Recht, dann Rollstuhl abzustellen im Treppenhaus, respektive den Krankenwagen. Allerdings immer unter dem Vorbehalt, dass ein gewisser Rettungsweg noch freigehalten werden muss. Also auch in dieser Situation ist niemand berechtigt, das so vollzustellen, dass quasi im Notfall die Feuerwehrleute nicht mehr durchkämen oder flüchtende Hausbewohner nicht mehr aus dem Haus kommen. Das muss man immer beachten. Zu einem ganz anderen Thema, was uns aber seit letztem Jahr mit Sicherheit auch alle beschäftigt. Wir merken sie alle selber auch im Portemonnaie. Es geht um die Warmwasserversorgung zu den extrem gestiegenen Preisen. Herr Rechtsanwalt, ist denn der Vermieter verpflichtet, die Warmwasserversorgung auch bei diesen extrem gestiegenen Preisen aufrechtzuerhalten? Muss er warmes Wasser liefern? Genau, wir hatten diese Frage. Mittlerweile hat sich das etwas entspannt, wenn man den Wirtschaftsnachrichten folgen will. Wir hatten ja die Extremsituation im Herbst letzten Jahres, als die Preise auf einmal extrem stiegen. Das war auch die Situation, als dann die Bundesregierung beschlossen hat, wir müssen hier Entlastungspakete einführen, der berühmte Doppelwumms, von dem da gesprochen wurde. Und da gab es, in den Medien ist das auch sehr stark diskutiert worden, vereinzelte Fälle, wo Vermieter zum Beispiel entschieden haben, wir verlängern jetzt die Sommersaison in den Oktober, in den November. Nun hatten wir dieses Jahr einen sehr kühlen Herbst, im Gegensatz zum warmen Winter jetzt, aber einen sehr kühlen Herbst. Und das haben, glaube ich, viele gemerkt, wenn dann die Warmwasserversorgung oder die Heizleistung noch auf Sommerbetrieb eingestellt war. Und das ist jetzt durchentschieden von der Rechtsprechung. Es war und ist ein Mangel der Mietsache. Der Vermieter hat immer die Versorgung mit Warmwasser und auch Heizenergie entsprechend den äußeren Gegebenheiten zur Verfügung zu stellen. Also er muss das nicht in dem üblichen Maß zur Verfügung stellen, wenn es draußen sehr warm ist. Aber wenn es kalt ist, in dem kalten Herbst, dann muss ordnungsgemäß Warmwasser und Heizleistung zur Verfügung stehen. Ansonsten ist die Mietsache mangelhaft. Das Argument der Gerichte in diesem Fall ist auch das, dass ja im Endeffekt der Mieter diese Kosten trägt, weil das ja umgewäßt wird über die Betriebskostenabrechnung, dass der Vermieter dies zunächst vorschießen muss, die höheren Kosten. Das liegt ganz einfach in der Systematik des gesamten Systems begründet und gibt dem Vermieter aber keine Sonderrechte. Das ist halt einfach so im deutschen Mietrecht. Zu unserem letzten Thema, und da geht es auch noch mal um das Thema Geld. Wenn ich eine Mietwohnung mieten möchte, muss ich eine Mietkaution bezahlen in der Regel. Die Frage ist jetzt, wie muss denn diese Mietkaution angelegt werden? Muss sie sicher sein oder kann sie durchaus auch mit Wertzuwachs angelegt werden, sprich in Aktien oder Ähnlichem? Die Mietkaution muss keinesfalls gewinnbringend angelegt werden. Das war auch schon mehrfach Gegenstand auch höchstrichterlicher Entscheidung. Der Gesetzgeber spricht, ich habe mir extra jetzt mal das Gesetzbuch hier mitgekommen, zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz. Das ist das bekannte Sparbuch. Festgeld, das heißt in den letzten Jahren Null. Das geht jetzt wieder hoch, wie man hört, aber in den letzten Jahren war das Null. Es muss nur getrennt vom Vermögen und damit insolvenzsicher angelegt werden. Das war die einzige oder ist die einzige gesetzliche Voraussetzung, die erfüllt sein muss. Aber die Parteien haben natürlich die Möglichkeit, etwas anderes vertraglich zu vereinbaren. Und wenn etwas anderes vertraglich vereinbart ist, dann, es wird zum Beispiel, es steht im Mietvertrag, beide Parteien kommen überein, die Mietkaution in Aktien anzulegen. Oder in irgendwelchen Obligationsscheinen, was weiß ich. Kann man machen. Das kann man machen. Und dann ist der Mieter natürlich an den Erträgen dieser Kaution zu beteiligen. Allerdings auch an den Verlusten. Allerdings auch an den Verlusten. Das ist genau das, wenn es vertraglich vereinbart ist. Und der Extremfall trug sich zu im letzten Jahr. Das ist auch in den Medien breit diskutiert worden. Es wurde 1960 ein Mietvertrag abgeschlossen, Mietkaution 800 DM anzulegen in Aktien des Wohnungsunternehmens, des Vermieters selber. So war es vereinbart im Mietvertrag. Das war eine ältere Dame, die ist dann im Jahr 2015 nochmal in eine andere Wohnung in dem Objekt umgezogen, in eine altersgerechte Wohnung. Da wurde vereinbart, die Kaution gleich in den neuen Mietvertrag mit zu überführen, unverändert. Dann kam es, wie es kommen musste. Die alte Dame starb hochbetagt. Und die Erben haben den Mietvertrag gekündigt und sind zum Vermietergang und haben gesagt, so jetzt wollen wir die Kaution haben. Und das waren dort gar nicht so viel. 235 Aktien, die eben 1960 einen Wert von 800 DM hatten. Und dieser Wert war eben angestiegen auf mittlerweile über 152.000 Euro. Und die Problematik war, das Unternehmen hat gesagt, jawohl, sie kriegen die Kaution und überwies 462 Euro. Das waren die 800 DM umgerechnet in Euro. Und Leute haben gesagt, wir wollen die Aktien. Das ist ja vereinbart. Die Kaution wird in Aktien umgewandelt des Unternehmens. Da gab es damals auch einen Schein, wo genau drinstehen, wie viele Aktien das sind. Und wir wollen die Aktien. Und das ist durchgegangen. Das ist durchgeklagt worden. Und entspricht dem, was im Gesetz steht. A, die Parteien können andere Anlageformen vereinbaren. Und aber im Gesetz steht auch, die Erträge stehen dem Mieter zu. Und dann gibt es dort diesen herrlichen, sperrenden Absatz 4, eine zum Nachteil des Mieters. Abweichende Vereinbarung ist unwirksam. Das bedeutet, das ist dann in Stein gemeißelt. Und so war es folgerichtig, dass diese Extremerträge ausgezahlt werden und an die Erben gehen, die sich natürlich sehr gefreut haben. Wo man natürlich sagen muss, das ist ein Extrembeispiel. Aber da kann man diese Systematik sehr gut verdeutlichen. Also Augen auf, was man unterschreibt. Genau. Das kann man nur sagen. Augen auf, was man unterschreibt. Herr Rechtsanwalt, vielen Dank für diese Informationen. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Mietrecht oder Immobilien haben, dann sind Sie hier bei Tobias Scholz in der Rechtsanwaltskanzlei Eckertänig-Sitz und Techno mit Sicherheit gut aufgehoben. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalts. Haben Sie weitere allgemeine Fragen zum Thema Recht, dann können Sie die uns gerne zukommen lassen. Gerne postalisch an die Adresse am Goldbachtal 4 oder eben gerne auch per Internet unter info kanal9-ernstgebirge.de.